Tag meine Damen und Herren, willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Badwars, wie es mein Spiel auf der wunderschönen Map Badwars. Und ja, ich habe heute auch ein Thema gestartet, nämlich was für ein Spiel, wo ich ausprobieren soll, was ich halt spielen soll. Nämlich Badwars, Skywars, Quick Badwars, Khorus, also was halt euer Spielmodus ist, könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben, dann spiele ich den. Und ja, oder ihr könnt auch in die Kommentare reinschreiben, was euer Lieblingsspiel ist, außer Minecraft vielleicht. Dann kann ich es vielleicht auch spielen, also auf Steam habe ich noch GTA, dann habe ich noch weiter YouTubers Live habe ich auch noch, dann noch so ein komisches Fußballspiel. Und ja, also die habe ich alle erstmal, aber ich hole mir vielleicht noch ein paar neue Spiele, dann könnt ihr es ja in die Kommentare reinschreiben, was ihr für Spiele mögt. Und ja, dann kann ich die auch spielen. Und unser teammate, der ist echt der beste Bauer. Oh, der ist so langsam, Alter. Darf ich mal bauen, bitte? Darf ich? Danke. So, ist auch viel besser, Team Mensch, ne? Oh, ja gut, ne? Hä, doch mal der nur ein Stick, Alter. Hä, ist auch so dumm. Alles klar. Egal, dann gehen wir einfach mal zu denen, ne? Und ja, so, ihr Bett ist frei. Also, da ist einer. Nein, nein, du bockst mich nicht sicher, ne? Nein. Und da war noch ein Blauer, da wollte ich auch das Bett auch mal abmachen. Aber, pfft, ich hab natürlich abgemacht. So, und die mir jetzt auf jeden Fall hier ist schon eine geile Brücke hingeworben. Oh, da kommt ja eine Achtung, Achtung. Nein, Achtung. Da kommt jemand, Liga. Da kommt jemand. Schnelles Bett einbauen, muss ich mal sagen. Nein, 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 der darf uns jetzt kein Bett erbauen. Ich will es bauen immer so langsam. Das ist unglaublich, Alter. Ist sie down? Ja, cool, ist down. Was? Aber, wir sind einfach alle da ohne. Ich glaube, wir sind viel verbunden. Und, wer der Bogen? Team Gelb, der Eingartenbogen, ach nee, Alter. Darauf ich gar keinen Bock. Was macht der hier? Ach, der ist da noch, ach du heilige Schöter. Wusste ich gar nicht. Ich weiß, ob der sich da noch verkämmt hat, da hinten. Alles klar, ich hab einfach noch runtergeschoben. So schaut der Film raus. Egal. Wir probieren einfach noch das bestmögliche, es mal rauszuholen. Komm, gib mir Eisen. Gib mir Eisen, ja. So. Holen wir uns erstmal hier ein Schwert. Alles klar, geleckt. Und dann noch hier abloggen. Und dann ist das noch mit Eisen. Und dann ist das noch mit Eisen. Und das kleine Brustbreite, glaube ich mal raus. Die sollen sich einfach jetzt mal nach dem Zeitpunkt abbauen, die Bärten. Und ja, dann staub ich noch ab. Und dann wird das schon. So, zack, kann man das. Dann haben wir uns hierfür noch ein paar Äpfel, was im Essen. Und noch eine Pegel. Und noch ein bisschen wieder gegen das war's. So. Na, das Zentimeter kommt auch rein. Läuft auf jeden Fall bei Ihnen. 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 Alles klar, der wird uns auf jeden Fall runter. Und fällt selber runter, so macht man es auf jeden Fall. Bob's ein Dichtiger. Da war jemand. Also seitdem war auch das Bett abgebürtet. Logische Bündnis in Online. Cool. Soll ich jetzt drauf gehen? Ich habe mir gar keinen Bock, jetzt mich zu verrecken, ne? Also von dann. Komm, geh du drauf, geh drauf. Hier, hier, geh du. Steve, wir, ne? Oh, ne, da kommt ihm alles klar. Der haut in sein Wohnen. Egal. Wir machen es einfach die nächste Stunde besser. Also, ist aber ganz logisch. Egal, dann sehen wir uns gleich hin. Bis bald. So, dann sind wir schon wieder in der zweiten Runde. Diesmal auf der wunderschönen Map Futurastic, wenn man die schon mal ausspricht. Ja, das glaubt eher eine bisschen längere Map, keine Ahnung. Aber wir finden hier nicht ganz cool, von der Spiele sind. Und, ja, ist ein Team Blue. Und diesmal sind, haben alle gleich viele Teammates. Boah, erstmal zum Bett ein, die sind gleich gewascht, wir hatten die vorher, das geht mir gar nicht. Wenn sie die zu schnell weiterbauen, dann sind wir vielleicht sogar eher schon, naja, gelb. Diesmal ganz groß. Aber den Fastbudget kann ich jetzt nicht so krass, gar nicht. Aber, ich mach's einfach so, hoch. Kann ich schon dumm machen. Da, hoch. Alles klar. Look am man, Alter. Du kriegst es schon, na. Schon muss man noch ein bisschen, ich kenne. Oh, da kriegst du ein bisschen Gold, zwei Gold, warum? Können wir noch auf jeden Fall gebrauchen. Und dann lass man das da, so, zack. Ich glaube, ich war erstmal auf den Bogen. Oder, ja, wir. So. Cool. Hier, da geht. Hier steht. Und ich glaub, ich mach einfach jetzt. Hier und hier eine gestimmt. Das sieht gut aus. Und kann ich wenigstens nicht von vorne gleich abbauen. Ebenhint etwas. So. Ich guck mal erstmal. Alles klar. Und gerade gesagt, dass ich es nicht schon erbauen können, aber vor dem Sack geworden sein kann, ja, aber klar. Meine teammates halt, in dieser Folge sind einfach die Besten. In jeder Runde liegen. Jeder Runde bis jetzt. Wurde mein Team immer als erstes oder zweites gewascht. Richtig geil. Ach, mal mal da. 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 Ach, mal da. Ja, guck. Kriegt den immerhin, Alter. Ist eigentlich nur noch das Gold drin. Ah, danke. Ja, jetzt selber ein 4. Da kriegst du das Gold, mein Team mit. Der ist ja nicht so sozial. Es geht nämlich immer nicht so cool in einer Runde, ne? Der hier. Guck, ich bin auch sozial. Nee, doch, das hier rein. Sag. Sag, die Frage, ob wir es uns verkämmen, oder? Ne? Na. Ich geh einfach mal drauf, mir ist egal. Sonst wird das ja nur ne langweilige Folge. Ja. Ja. Ich hab grad gedacht, Alter. Das wär irgendwie ein Gegner. Ich hab grad gedacht, die bauen sich nicht mal her. Ich hab grad gedacht, die bauen sich nicht mal her. Ist klar, grünen Camps und gelb. isst du das? Es ist ja. Ja. Ist ja. Get down. Geh, wie hält er denn aus? Dezember, wieviel hält er denn aus? Soll ich zu grün gehen? Ich glaube hier nochmal zu grün. Hier brauchen, bisschen Action schmeckt, oder? Soll ich dann die Ballgüter nicht? hoffentlich bei der Wolltratzern und sie werden die nicht dass ich ihr werdet vor der Abbau ich habe diese nicht glauben Jürgen fliegt fast hier unten in Gott zu werden das gold sagt ich bin ein bisschen was bisher weg ist man geht noch zu sehen und zu ziehen mit der taum bogen ein salter team root gut gut können sie sich alles kommt ja auch wollte gerade sagen aber voll wohl doch runter team rot und für nicht alles klar das ist aber gelieft 12 gold haben wir jetzt sollten die frage ne ich geh jetzt einfach nochmal zu denen mir ist egal ah ne da oben ist einer na scheiße hab gedacht dass ich irgendwie hier vorne so reingehe bemerkt der mich nicht ich habe gedacht ich probiere jetzt einfach nicht das Bett abzubauen aber naja war wohl nix ne egal ich wollte ein bisschen was machen weil wenn sie noch mehr kämen da wenn ich wäre wäre und kämen sowieso langweilig egal ja das war's mit der runde minicraft bedroß und ja wir sehen uns morgen wieder und ja lasst ein like da und bis dann tschaui